Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin, wa ala ahlihi wa ashabihi ajamain. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'ana bima'alamtana wa zittna ilma. Rabbishrach li sadri wa yassir li amri, wa hul uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma bacht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine sehr geehrten Geschwister, wir wollen, inshaAllah, heute mit dem zweiten Teil von Surat al-Jumu'ah weitermachen. Wir sind ja letzte Woche nicht ganz so weit gekommen, haben uns nur mit den ersten beiden Ayat beschäftigt gehabt und natürlich auch mit einer wichtigen Einleitung, bei der wir unter anderem darüber gesprochen haben, dass Surat al-Jumu'ah eine medinensische Surah ist, nach der Mehrheit der Gelehrten. Wir haben auch darüber gesprochen gehabt, wie es überhaupt zum Jumu'ah-Gebet gekommen ist und welche Stellung der Freitag bei uns Muslimen hat. Und wir haben dann über die ersten beiden Ayat auch sehr ausführlich gesprochen gehabt, die ich nochmal kurz in Übersetzung wiederholen werde, inshaAllah, damit wir dann auch das uns nochmal in Erinnerung rufen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Jumu'ah yusabbichu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikin kudusin azizi al-hakim Jetzt habe ich die Übersetzung hier nicht. Entschuldigt bitte. Das ist nur einfach mit Übersetzung, aber ich habe gerade kein... Ah, doch. Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen. Der ihnen seine Zeichen verliest. Sie läutert. Und sie das Buch und die Weisheit lehrt. wa in ka'lu min qablu lefi walalim mubin Obgleich sie sich hier zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Wir haben sehr ausführlich über diese beiden Ayat gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie diese vier Namen, die Allah ta'ala in der ersten Ayat erwähnt, dann auch im Zusammenhang stehen mit der darauf folgenden Ayat. Und mit der Surah als Ganzes. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Das hatten wir jedoch letzte Woche ausführlich besprochen. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, was die Aufgaben des Gesandten Allahs sind. Sallallahu alaihi wa sallam. Und Allah ta'ala erwähnt ja hier, je nachdem wie man es zählt, drei oder vier Aufgaben. Je nachdem wie man es zählt, drei oder vier Aufgaben. Was sind diese Aufgaben? Vielleicht nochmal als Frage an euch, oder an euch, Schwester. Was sind diese drei oder vier Aufgaben, welche Allah ta'ala hier in dieser Ayat erwähnt hat? Nochmal so als kurze Wiederholung, um das Revue passieren zu lassen. Ja. Vielleicht kann das ja jemand nochmal kurz erklären, was sind die Aufgaben. Genau. Erstmal die Übermittlung der Worte Allahs. Das allererste. Weil der Prophet so in erster Linie was ist? Er ist ein Übermittler. Er ist was? Ein Übermittler. Sehr gut. Nummer zwei. Zeigen wir uns eine Charakterreinigung. Genau. Charakterreinigung. Tezkir. Dass er mit gutem Vorbild vorangegangen ist. Sallallahu alaihi wa sallam. Und uns gleichzeitig aber auch gezeigt hat, wie man das selbst bei sich machen kann. Und Nummer drei. Und einfach Anleitungen anleitungen. Genau. Wie können wir das vielleicht umschreiben? Also er bringt euch den Koran zusammen. Genau. Genau. Also er lernt euch was? Den Koran. Das heißt, er erklärt uns die Worte Allahs. Er erklärt uns die Worte Allahs. Er zeigt uns, was damit gemeint ist. Weil nicht alles immer auf Anhieb verständlich ist. Für jeden Menschen. Und man eventuell auch bestimmte Dinge vielleicht falsch verstehen könnte. Und der Prophet so außer, er erklärt es. Aber nicht nur theoretisch, sondern, und das kommt dann die Hikme, er lebt es auch vor. Und das ist dann die Weisheit. Und das ist dann was? Die Sunna, die wir haben. Das ist dann was? Die Sunna. Also diese letzten beiden Dinge sind im Grunde genommen eher die Sunna, die wir haben. Also das, was der Prophet gesprochen hat und das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Also wir haben einen Lehrer, der nicht nur das theoretisch unterrichtet hat, wie an der Universität zum Beispiel, wo du einen Lehrer hast, der einfach theoretisch, oder ein Professor oder in der Schule, ein Lehrer, der Deutsch unterrichtet oder irgendein anderes Fach unterrichtet. Da lernst du etwas? Nein. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist auch noch ein Robby gewesen. Ein was? Ein Erzieher gewesen. Er hat uns ganz genau gezeigt, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten muss. Wie ich dann die Worte Allahs umzusetzen habe. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Weil was habe ich von einer Anleitung, wenn ich nicht weiß, wie ich sie benutze? Was habe ich von einer Anleitung, wenn ich sie nicht verstehe? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns sie erklärt, theoretisch, und gleichzeitig hat er sie uns auch vorgelebt. Und das ist die größte Gnade überhaupt. Und das gehört ebenfalls zu was? Zu dem Hifr Kitabillahi bin Arbaia'a. Was bedeutet das? Dass das Buch Allahs vor was geschützt wird? Vor dem Verlorenkind. Allah ta'ala, er sagt in Surah Al-Hijr, in der Ayah Nummer 9, Wir haben wahrlich die Ermahnung, also den Koran, er hat gesandt, und wir werden ihn wahrlich bewahren. Ibn Hazm, einer der großen andalusischen Gelehrten, er sagte, damit ist die Bewahrung des Korans, aber auch die Bewahrung der Sünde gemeint. Weil wenn ich nur den Koran hätte, ohne die Sünde, ohne dieses praktische Vorbild, dann würde es viele Menschen geben, welche den Koran komplett falsch verstehen. Und das sehen wir heutzutage, wie wir letzte Woche schon auch aufgezeigt haben und an verschiedenen Stellen aufgezeigt haben. Gut. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt hat, kommen wir zu der dritten Ehe, die wir noch nicht besprochen hatten. Und zwar, sagt Allah ta'ala folgendes, وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُّوْبِهِمْ Und andere vor ihnen, das bezieht sich auf was? Auf die Ehe davor. Er hat zu ihnen einen Gesandten, von ihnen gesandt. Also er hat zu den Arabern, zu den Schriftumkundigen, wir haben auch erklärt gehabt, was mit Ummi gemeint ist, also jemand, der nicht lesen und nicht schreiben kann, aber auch jemand, der keine Offenbarung hatte zuvor. Beides sozusagen gehört dazu. Und jetzt, sagt Allah ta'ala, er hat den Propheten zu Hause nicht nur zu den Arabern gesandt, die zu seiner Zeit gelebt haben, also zu der ersten Hörerschaft des Korans, sondern auch für die Menschen, die danach kommen. وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ Und andere von ihnen, لَمَّا يَلْحَقُّوْبِهِمْ Die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben, die noch nicht gekommen sind. Und dieses لَمَّا in der arabischen Sprache, also im Umgangssprachlichen, wird لَمَّا anders verwendet als im Hocharabischen. لَمَّا يَتِرْقِطَرُ Was bedeutet das? لَمَّا يَتِرْقِطَرُ Wie würdet ihr das übersetzen, die Araber unter uns? Wenn das zukommt? Das ist das Ungarnsprachliche. Und was die hochsprachliche Bedeutung, die Fuscha-Bedeutung? Allah sagt, وَلَمَّا يَدُخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلْقُبِكُمْ Und der Iman ist noch nicht in eure Herzen gekommen, aber er steht kurz davor, in eure Herzen zu treten. Wenn ich sage, لَمَّا يَتِرْقِطَرُ Da meine ich damit nicht im Hocharabischen, wenn der Zug kommt, sondern da meine ich damit, der Zug ist noch nicht gekommen, aber er ist kurz davor, in den Manuf hineinzufahren. Ganz wichtig, das ist ein Unterschied. Und deswegen, wenn Allah Ta'ala sagt, وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ Und andere von ihnen, لَمَّا يَلْحَقُّ بِهِمْ Die sich noch nicht angeschlossen haben, aber sich bald anschließen werden. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Und er ist der Allmächtige und Allweiße. Diese Ehe ist unglaublich wichtig, weil sie nämlich gleich auf mehrere Dinge hindeutet. Einmal, in dieser Ehe liegt ein Ijaz. Was ist ein Ijaz? Eine Art Wunder. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er bekommt diese Ehe auf dem Bad. In Medina, in einer durchaus schwierigen Zeit. Er wird von überall bekämpft. Und in dieser schwierigen Situation kommt der Koran herab und sagt, es wird noch andere Menschen geben, welche danach kommen werden und welche sich anschließen werden, diesem Propheten. Und es gibt diesbezüglich eine Erklärung unseres Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar wird überliefert bei Imam Muslim von Abu Hurayr radiallahu alaihi wa sallam. Also, mit der wir uns gerade beschäftigen. Und die Sahabe fragten den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Um wen handelt es sich um Gesandte Allahs? Woraufhin der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam nicht antwortete. Zwei, drei Mal. Und wer war mit ihnen gewesen? Salman al-Farisi. Und wie der Name von Salman schon sagt, er ist persischer Herkunft. Also, er ist nicht Araber gewesen. Und die Geschichte von Salman ist ja eine sehr bekannte Geschichte. Der Sucher nach der Wahrheit, der subhanallah vom fernen Persien kam. Und als Sklave dann nach Medina gebracht wurde, auf seinen Weg nach der Suche, wo er nach der Wahrheit gesucht hat. Und dann am Ende, subhanallah, den Propheten getroffen hat, auf den er gewartet hat und nachdem er gesucht hat. Und Salman al-Farisi sitzt dabei, woraufhin der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam seine Hand auf Salman legte. Und sagte, Sollte der Mann bei, sollte der Iman, der Glaube, sogar bei dem Stern al-Farija sein? Ich glaube, es ist der Morgenstern. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass einer der so einen Bekannten stelle. Ich glaube, damit ist der Morgenstern gemeint. Vielleicht könnt ihr nochmal nachgucken, al-Farija, welche Sterne es ist. Die in die Arabischen, könnt ihr mal gucken, was al-Farija für einen Stern ist. Sollte der sozusagen Iman bei dem al-Farija sein? Also sehr weit weg entfernt sein. Dann würden Leute von ihm, also Perser, die keine Araber sind, ihn ebenfalls erlangen. Unser Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Ehe verstanden und er hat erklärt, was damit gemeint ist. Dass sich der Islam verbreiten wird. Und dass viele Völker sich dem Islam anschließen werden, die keine Araber sind. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er war Araber. Aber Subhanallah, Allah Ta'ala, er setzte ihn darüber in Kenntnis, dass es noch viele Völker geben wird, die kommen werden und die sich dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam anschließen werden und an diesen Propheten glaubt werden. Und heute haben wir fast zwei Milliarden Muslime. 1400 Jahre später haben wir fast zwei Milliarden Muslime, welche sich diesem Propheten anschließen. Und jeden Tag schließen sich neue Menschen dem Propheten an. Und Subhanallah, es gibt auf dieser Welt keine Religion, die so bekämpft wird wie der Islam. Oder kennt ihr irgendeine Religion, die so bekämpft wird wie der Islam? In den Medien? Die so zerrissen wird wie der Islam? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie. Das ist einfach Tatsache. Also, du hörst über den Buddhismus meistens nur Positives. Gut, in Europa hast du viel Kritik, auch gerade in säkularen Europa meinst du Christentum, aber das ist meistens gegen Religion gerichtet im Allgemeinen. Aber sonst, ja, Christentum in der Regel auch relativ positiv. Von anderen Religionen, weiß ich nicht, hörst du kaum etwas. Das Judentum ohnehin, ja, wird nur als positiv gesehen, ja, aufgrund dieser ganzen Geschichte, ja, mit dem Holocaust und dementsprechend, wie gesagt, wird über das Judentum an sich in der Regel ohnehin nur positiv gesprochen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass es mit allen Religionen so gemacht wird. Ja, also ich finde nicht, dass sich das ändert, ganz im Gegenteil. Ich finde das gut, dass man respektvoll mit einer Religion umgeht. So sollte das auch sein. Und das tut man nicht mit dem Islam. Und Subhanallah, hast du es herausgefunden? Nein. Und Subhanallah, obwohl, obwohl der Islam so bekämpft wird, wie keine andere Religion auf dieser Welt, selbst in seinen eigenen Ländern wird er so bekämpft, in seinen eigenen Ländern wird er so bekämpft, verbreitet sich der Islam, verbreitet sich der Islam jeden Tag mehr und mehr. Selbst in den Ländern, wo man versucht hat, den Islam zu unterdrücken, was damals die Türkei war durch den Kemalismus oder auch in Tatschikistan, in vielen anderen Ländern, wo man wirklich versucht, die Muslime zu unterdrücken und den Islam zu unterdrücken. Die Menschen, sie halten daran fest. Das ist unglaublich. Und es werden noch andere sich anschließen. Manche Gelächter haben gesagt, damit sind die kommende Generation der Muslime dummend. Also wir, Subhanallah, wir kommen dann auch. Und das ist etwas so Wichtiges. Und wenn wir das jetzt beziehen auf die vorherige Eier, dann können wir daraus noch eine andere, ganz wichtige Erkenntnis gewinnen. Und zwar all die Aufgaben, die der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, hatte für die erste Hörerschaft. Die Araber, die zu seiner Zeit gelebt haben, gelten demnach auch für alle weiteren Generationen. Wenn unser Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, den Menschen in seiner Generation das Buch und die Weisheit lehrte, dann gilt das nach dieser Eier auch für die kommenden Generationen. Das heißt mit anderem Wort, diejenigen, welche behaupten, wir bräuchten keine Sunna, wir müssen die Sunna verbannen, damit der Islam rein bleibt und schön bleibt etc. Sie wenden sich eigentlich gegen den Koran. Eindeutig. Nicht nur in vielen anderen Äyat. Und andere von ihnen, die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben. Es gibt eine schöne Überlieferung, wo der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, sagt, an Sahal ibn al-Sa'd al-Sa'idi, dass der Prophet sagte, In den Aslaab, das heißt in den Lenden, von den Lenden, von den Lenden einiger Männer, von sozusagen meinen Gefährten, also sozusagen ihre Urnachkommenschaft, ihre Urnachkommenschaft, die Ur-Ur-Ur-Enkeln. Und von den Frauen ebenso, gibt es Leute von meiner Umme, welche das Paradies ohne jegliche Abrechtung betreten werden. Und dann rezitierte er diese Reihe. Das heißt, das wird vererbt von Generation zu Generation. Und wir haben die Ehre heute, nach weiß ich nicht wie vielen Generationen, jetzt wahrscheinlich über 40 Generationen, wenn nicht sogar 50 Generationen, dass wir unter diese Ehre fallen. Allah ta'ala spricht uns an. Und du dir was für eine Ehre, dass wir ebenfalls angesprochen werden, oder? Aber die Aufgabe ist es, dass wir genau dasselbe tun, was die Sahabe, r.a. ebenfalls getan haben. Indem man sich nämlich für den Propheten einsetzt, für die Botschaft des Propheten, sallallahu alihi us-am-einsatz. Und jetzt kommt die nächste Ere. Das ist Allahs Schuld, die er gewährt, wem er will. Und Allah besitzt Großschuld. Worauf bezieht sich diese Ere? Worauf bezieht sich jetzt diese Ere? Das ist Allahs Schuld. Was ist Allahs? Dieses Das-Dalige. Was ist damit gemeint? Ja. Dass Allah nicht denen die Rechtleitung zukommen lässt. Ja, nicht denen die Rechtleitung zukommen lässt. Aber wir bleiben hier mal bei diesen Ere, die wir davor hatten. Worauf bezieht sich das? Ja. Dass die Religion bewahrt wird. Und sich sozusagen... Ja, aber es ist so einfach, es geht ja hier um eine Schuld Allahs. Ach so. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. das geht jetzt um Leute, die Allah auserkoren hat. Wer ist auserkoren? Wer hat diese Huld? Ja. Die Leute, die den Propheten befolgen können. Und es geht hier eigentlich im Grunde genommen, weil das kommt ja jetzt in die nächsten Ere, auch um die Frage, warum wurde denn der Gesandte zu den Ummiyin geschickt, also zu den Araben und nicht zu den Juden. Und der Koran berichtet ja darüber, dass auch Neid eine Rolle spielt. Weil sie nicht akzeptieren konnten, dass ein Prophet und nicht irgendein Prophet, sondern auch noch der letzte Prophet nicht einer von den Kindern Israels ist, sondern einer von den Kindern Israels. Und das hat zu Neid geführt. Und wir wissen aus der Sire und auch aus dem Koran, dass viele Juden aus Medina, den Arabern in Medina, immer wieder das unter die Nase gerieben hatten, bevor der Prophet entsandt wurde. Und gesagt haben, es wird ein Prophet kommen. Wir warten auf einen Propheten. Und sobald er erscheint, wird er euch alle umbringen. Und als dann der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, angefangen hat, Dawa zu machen, während der Hatsch mit einer Gruppe von Medina, haben sie sich genau daran erinnert. Und haben gesagt, ach, das ist genau dieser Prophet, von dem sie immer gesprochen haben. Lasst uns ihn befolgen, bevor sie ihn befolgen. Lasst uns ihn befolgen, bevor sie ihn befolgen. Am Ende können die ihn alle befolgen. Und deswegen, es gab ja auch Juden, die an den Propheten geglaubt haben. Welche Juden aus der Zeit des Propheten haben den Propheten befolgt? Es gab sogar nicht nur irgendjemand, es war ein Gelehrte gewesen. Die Gelehrte, der Gelehrte überhaupt. Wie hieß der Gelehrte unter den Juden zur Zeit des Propheten in Medina? Das Oberhaupt sozusagen der Juden in Medina, in der Gelehrsamkeit. Ich kann sagen, der Oberrabiner, der direkt Muslim geworden ist, subhanallah. Abdullah ibn Sallam. Abdullah, merkt euch diesen Namen, Abdullah ibn Sallam. Und als er Muslim geworden ist, hat er zum Propheten gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, ruf sie zu mir und befrag sie nach mir, bevor sie wissen, dass ich Muslim bin, damit du weißt, welche Stellung ich habe unter ihnen. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dann nach ihnen gefragt hat, das ist unser Gelehrter, der Sohn unseres Gelehrten, also sozusagen der überhaupt. Und als er dann den Islam angenommen hat, haben sie ihn natürlich dafür verflucht und sich von ihm losgesagt. Und das zeigt, das hat nichts, sei es mal so ein Jude oder nicht du, sondern jeder kann Muslim werden. Der Islam ist für alle da. Für alle Menschen auf dieser Welt da. Der Islam macht keinen Unterschied. Du Jude bist, ob du, weiß ich nicht, Deutscher bist, ob du, weiß ich was, das ist völlig egal. Der Islam ist für alle gekommen. Und Allah ta'ala, er geht hier darauf ein, ah, warum ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Araber und kein Europäer, kein, weiß ich, Jude, kein Chineser, wie auch immer. Allah sagt jetzt, Das ist die Hutte Allahs. Die Ägypten, hätte der letzte Gesandte Gottes nicht ein Chineser sein können, wenn Allah ihn ausgemeldet hat, dann hätten wir heute alle wahrscheinlich Chinesisch gelernt. Ja, weil der Koran auf Chinesisch wäre. Ja. Dann wäre das nicht möglich. Das wäre möglich gewesen. Hätte er auf, weiß ich nicht, Altgriechisch sein können, wie auch immer. Hätte, natürlich. Eine afrikanische Sprache, hätte alles sein können. Ein Indianer, ja, hätte alles sein können. Aber, wälige Fattinullah, dies ist die Kunst Allahs, die Huld Allahs, die er gewährt, wem er möchte. Wallahu zufadlil azim und Allah besitzt große Huld. Und dementsprechend, bei bestimmten Dingen, sollte ich mir als Muslim immer genau das wieder ins Gedächtnis rufen. Wenn ein anderer Mensch in einem bestimmten Bereich besser ist als ich, talentierter ist als ich, mehr Erfolg hat als ich, obwohl ich mir Mühe gegeben habe, dann kann ich als Muslim kein Neid empfinden. Warum? Weil ich weiß, dass das die Huld Allahs ist, die er gibt, wen er möchte. Und ich danke Allah für das, was er mir gegeben hat und wünsche demjenigen, dem Allah mehr gegeben hat in diesem Bereich, dass Allah ta'ala es noch mehr segnet. Ich kann natürlich versuchen, danach zu streben, so zu sein wie er, aber nur, wenn es nicht um eine gute Sache handelt, wo ich mich auch weiterentwickele. Und das nennen wir auf Arabisch Ribdo. Ribdo bedeutet was? Dass ich mir wünsche, sozusagen wie jemand anderes, der in einer guten Angelegenheit besser ist als ich. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, la hasada illa fiftnetain. Es gibt kein Neid, außer in zwei Dingen. Welche beiden Dinge sind das? Schwestern, welche beiden Dinge sind das? In denen ich eine andere Person beneiden darf. Nicht, dass ich mir wünsche, dass Allah diese Gnade von ihm nimmt, sondern ich möchte so sein wie sie. Ich möchte sozusagen genauso gut sein wie sie in diesem Bereich. Ja, bitte. Koran. Und der sich mit dem Koran Tag und Nacht beschäftigt. Wenn ich einen Scheech sehe oder irgendein Parab-Illim und sage, Maschallah, wie schön er liest, wie gut er liest, macht keine Fehler, beschäftigt sich immer mit dem Koran. Da werde ich neidisch. Ich würde auch gerne so sein wie er. Und was ist der Zweite, den ich beneiden darf? Ja? Ja, das sagt der Prophet in diesem Kontext nicht, oder? Nicht dienen, oder? Vermögen, was man spendet. Vermögen, was man spendet. Ich sehe jemanden, dem auch Wahrheit gegeben hat und der spendet die ganze Zeit. Ich sage, ich will auch. Es geht mir nicht um das Vermögen, es geht mir um das Spenden. Ganz wichtig. Aber ich will auch gerne Multimillionär sein, damit ich diese Moscheen bauen kann, damit ich mich für, weiß ich, gute Zwecke einsetzen kann. Und dann sehe ich jemanden, der immer überall, wo er ist, spendet mal hier 10.000, dort 20.000, dort 100.000, da hat er eine Million gespendet. Oh, schau. Ich will auch. Und das war übrigens der Wunsch der Sahabe gewesen. Subhanallah. Als sie mit Omar ibn Khattab zusammen saßen, nachdem Tod der das Prophet noch sagte, Omar ibn Khattab zu einigen seiner sozusagen Freunden, die bei ihm saßen, seinem Weggefährtreter, der eine sagte, ich wünsche mir, ein ganzes Haus voller Gold und Silber zu haben. Warum? Damit ich es auf dem Wege Allahs spenden kann. Ja, guck mal, wie sie denken, Subhanallah. Immer, damit ich es auf dem Wege Allahs spenden kann. Und der andere sagt, ich wünsche mir ein Haus voller Juwelen, Rubine, damit ich es auf dem Wege Allahs spenden kann. Und dann sagt Omar ibn Khattab, und ich wünsche mir ein Haus voller Männer, wie Abu Uweida ibn Jarraha, damit ich mit ihnen auf dem Wege Allahs, was? Mich bemühen und anstrengen kann. Zuvor wunderbar. Wenn ich diese Absicht habe, das ist eine gute Absicht, dann ist es gut, sogar Dua zu machen, Millionär zu werden, aber ich muss natürlich aufrichtig sein. Nicht, dass ich dann eine Million habe und dann geitze. Das kann ganz schnell gehen. Wenn ich jetzt meine Hand habe, oh, jetzt wird es mir schwerbritzig. Muss man aufpassen, auch eine Fitna. Und Subhanallah, das nochmal dieses jährige Wortmullah, wird in einem Hadith unseres Propheten Sallallahu alaihi wa sallam sehr, sehr schön beschrieben. Und zwar kamen einmal einige der Bedürftigen unter den Muhajirun, unter den Auswanderern zum Propheten Sallallahu alaihi wa sallam und sie sagten, Ya Rasulallah, zahaba ahlu al-dufur bil ujur, bil derajatil ula wa al-na'imin muqim, die reichen Leute, die haben den ganzen Lohn mitgenommen, die haben die höchsten Stufen erreicht. Und dann fragte er warum? Und sie sagten, yusalluna kem nusalli, die beten, die reichen, sie beten genauso, wie wir beten. wa yasumuna kem anasumun, und die fasten genauso, wie wir fasten. wa yatasaddaquna, wa lana tasaddaq, und sie spenden, aber wir können nicht spenden. Wir haben kein Geld zu spenden. wa yatikuna, wa lana tasaddaq, und sie lassen Sklaven, befreien Sklaven, wir können keine Sklaven befreien, weil wir keine Absichten sitzen, um sie zu befreien. Und dann sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, afala u'alimukum shay'atutu dikuna bihim an sabakakum, wa tasbikuna bihim an ba'dakum, soll ich euch nicht auf etwas hinweisen, auf etwas beibringen, womit ihr diejenigen überholen könnt, die euch, die vor euch waren, und diejenigen überholen könnt, die nach euch kommen, sagten, wa la yakunu ahadun afdala ninkum illa man sana'a misla ma sana'atum, und keiner wird besser sein, als ihr, außer jemand, der genau das selbe tut wie ihr. Und dann sagt er, oh, die haben mich gefreut, mashallah, was wird uns jetzt der Prophet sagen, nur für uns Arme, nur für uns Bedürftige. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, tu sabbihuna wa tu kabbiruna wa ta'hmaduna dubura kulli salatim thalathen und thalathina morra. Nach jedem Gebet, ja, es gibt jetzt die verschiedenen Riwayat, ja, aber das ist eine dieser Riwayat, eine dieser Überlieferung. Nach jedem Gebet macht ihr 33 Mal subhanallah, 33 Mal Allahu akbar, 33 Mal alhamdulillah. Und dann, was geschah? Also es ist passiert. Die anderen haben es dann auch gemacht. Genau. Die sind dann gegangen, haben sich gefreut, oh, wir haben jetzt etwas, und wer hat das mitbekommen? Die reichen. Haben das auch mitbekommen. Und dann sind sie wieder zu Propheten gegangen, sallallahu alaihi wa sallam, und sagten, die Leute, die Geld haben, die haben das gehört, was wir machen, und die haben das jetzt genauso gemacht wie wir. Was antwortete der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dies ist die Kunst Allahs, die er gibt, den er möchte. Das muss ich akzeptieren. Ich versuche dann vielleicht noch aufgerechtiger zu sein, noch mehr zu tun. Aber es ist dann eben so. Brauchst du dich nicht zu ärgern. Mach einfach das Beste aus dem, was du hast. Nachdem jetzt Allah ta'ala darüber gesprochen hat, dass Allah ta'ala für seine Botschaft auswegt, wen er möchte, und nicht was die Menschen wollen, sondern was er möchte. Und er hat als letzten Propheten in wem bestimmt? Mohammed ibn Abdillah, ein Araber von den Quraysh. Kann mir gefallen, kann mir nicht gefallen. Am Ende ist das, was Allah ta'ala bestimmt hat. Und das muss ich als Muslim akzeptieren. Und jetzt geht Allah ta'ala auf die Leute in der Schrift ein. Insbesondere die Juden zu seiner Zeit. Die Juden zu seiner Zeit. Und hier ist nochmal ganz wichtig. Dass wenn wir über die Juden, die Christen oder die Muslime oder irgendeine Gruppe sprechen, auf der der Qur'an das tut, dann meint der Qur'an damit nicht alle. Es geht immer um einen bestimmten Kontext. Ganz wichtig. Es geht jetzt nicht um alle Juden. Es geht jetzt nicht um alle Christen. Sondern es geht um eine ganz bestimmte Gruppe. Weil wir haben ja selbst gesehen, es gab ja Juden, die haben den Islam angenommen. Ja. Deswegen können das ja gar nicht alle Juden gewesen sein. Es geht also um eine ganz bestimmte Gruppe. Und Allah ta'ala sagt an anderer Stelle, es sind nicht alle gleich. Es gibt wiederum andere, die nach der Gerechtigkeit streben, die sich für das Gute einsetzen. Also kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber Allah ta'ala er spricht jetzt über eine Gruppe von Juden, welche nicht die Gebote Allahs umgesetzt hat, trotz der Verantwortung, die sie eigentlich als Leute der Taurat getragen haben. Und Allah ta'ala ergibt uns jetzt ein Gleichnis. Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Was hat jetzt diese Ehe mit den davor kriegen Ehe zu tun? Und zwar Allah ta'ala, er will jetzt aufzeigen und das nicht nur für die Juden, sondern auch für uns Muslime. Warum Allah ta'ala die Banu Israel, die Kinder Israels, ausgetauscht hat. Das hat einen Grund. Und zwar, sie sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, als Träger einer göttlichen Botschaft. Und genau das spricht Allah ta'ala direkt an, mit einem Gleichnis. Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Was bedeutet dieses Gleichnis? Was heißt das ganz konkret? Was will uns Allah ta'ala mit diesem Bild sagen? Will er damit sagen, dass sie Esel gewesen sind? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Denn Allah ta'ala will uns damit etwas mitteilen. Ja, du hast einen Riesenfundus an Wissen gibt, mit dem man nichts anzufangen hat. Genau. Wenn ich einen Esel in Bücher tragen lasse, Bücher mit den unterschiedlichsten Wissenschaften, kann er damit irgendetwas anfangen? Wird er dadurch klüger? Ist es dann ein besonders kluger Esel? Nein, der trägt die Bücher einfach. Aber er kann mit diesen Büchern nichts anfangen. Allah ta'ala, er hat ihm nicht diese Fähigkeit gegeben. Und Allah ta'ala, er beschreibt jetzt diejenigen, welche die Tora tragen sollten. Genau damit. Sie haben diese Aufgabe bekommen, aber sie haben sie nicht erfüllt. sodass die Tora bei ihnen nichts bewirkt hat, genauso wie Bücher bei einem Esel nichts bewirkt können. Was für ein gleiches Subhanallah. Und das gilt für jeden. Das gilt nicht nur für die Leute der Schrift, für die Leute der Tora, sondern es gilt auch für uns. Derjenige, der den Koran in seinem Regal hat oder ihn vielleicht sogar hört, am Morgen, am Abend, im Auto, wie auch immer, aber sich dann daran nicht hält. Das ist genau dasselbe. Es ist wie ein Esel, der Bücher trägt, weil er daraus nicht profitiert. Er profitiert aus diesen Büchern nicht. Im Gegenteil, umso mehr Wissen du hast, desto größer ist deine Verantwortung. Ganz wichtig. Umso mehr Wissen du hast, desto größer ist deine Verantwortung. Was sagt unser Prophet Er sagt in einer längeren Überlieferung am Ende sagt er Der Koran ist ein Argument für oder gegen dich. Wann ist er ein Argument für dich? Er ist ein Argument für dich, wenn du seine Gebote beherzigst, praktizierst, umsetzt in deinem Leben. Wenn er zu einer Rechtleitung für dich führt, nach der du dich richtest. Ein Argument gegen dich am jüngsten Tag, wenn du zwar weißt, was der Koran von dir verlangt, aber dich dann noch nicht richtest. Wenn du dem Koran den Rücken zuwendest, obwohl du eigentlich ganz genau weißt, was er von dir verlangt. Wenn dir die Gebote des Korans völlig egal sind, Hauptsache du befolgst seine Neigung. Wenn der Koran für dich nur eine Art Ritual ist, wenn jemand gestorben ist, aber nicht mehr, denn ist der Koran was? Ein Argument gegen dich. Und dann bist du genauso wie Allah in dieser Ehe beschrieben hat. Du profitierst nicht vom Koran, wie ein Esel auch nicht von den Büchern profitiert, die er auf seinem Rücken trägt. Allahu akbar. Was ich noch besonders interessant finde, ist hier folgendes. Und zwar wie Allah diese Ehe formuliert hat. Das Gleiche ist derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde. Humminu von Tahmil. Was heißt das? Humminu heißt, es wird eine Last auf dich gelegt. Du trägst diese Verantwortung, ob du willst oder nicht. Das ist ganz wichtig. Ob ich will oder nicht, ich trage als Mensch diese Verantwortung, ob es mir gefällt oder nicht. Am Ende muss ich Rechenschaft ablegen. Unabhängig davon, ob mir das gefällt oder nicht. Mir können die Gesetze in einem Land gefallen oder nicht. Wenn ich ihm widerspreche, was ist dann? Dann werde ich dafür bestraft. So einfach ist das. Ich kann sagen, das interessiert mich nicht, mich interessiert der Staat nicht, ist alles Blödsinn, was hier von mir verlangt wird. Ich will die Zeche zahlen müssen. Früher oder später. Und genauso auch ist es mit den Geboten, die Allah uns auferlegt hat. Und Allah spricht hier im Koran und er sagt Wir haben die Emane, das anvertraute Gut. damit, wie viele Gelehrte gesagt haben, sind die Gebote der Religion gemeint. Den Himmel, der Erde und den Bergen vorgestellt. Sie haben abgelehnt, diese Emane zu tragen. Und es war ihnen zu schwer gewesen, darunter durch das Gewicht sind sie regelrecht zerbrochen. Und dann heißt es Aber der Mensch, genau das Bewerb, der Mensch, der trägt aber diese Verantwortung. Er ist ungerecht und unwissend. Ungerecht, weil er dieser Verantwortung nicht gerecht wird und unwissend, weil er nicht weiß, was das für Konsequenzen hat für ihn. Das heißt, es ist mir egal, was am jüngsten Tag geschieht. Es ist mir alles egal. Und trotzdem wirst du recht ablegen. Es ist völlig irrelevant, was du denkst. Es ist völlig irrelevant. Du kannst denken, ah, das Feuer ist gar nicht heiß. Und trotzdem, wenn du deinen Finger reinschickst, wirst du dich verbrechen. So ist das einfach. Und du kannst denken, es wird keinen jüngsten Tag geben. Es wird keine Abrechnung geben. Und trotzdem wirst du eines Tages vor Allah stehen. Du musst Rechenschaft ablegen und es wird entweder in die Hölle oder ins Paradies eine Tatsache, die du schön finden kannst oder nicht, die du gut finden kannst oder nicht. Es ist eine Tatsache, die sich nicht aufgrund deiner Neigung oder aufgrund deiner Interessen verändern wird. Genauso wie das Feuer sich nicht verändern wird, nur weil du nicht willst, dass es dich verbrennt. Und Allah spricht hier über die Taurah. Was ist eigentlich die Taurah? Was ist die Taurah? Wo finden die Taurah? Ja. Das Buch der Juden. Okay. Gut. Hast du gut zum Ausdruck gebracht. Aber wo finden wir die Taurah heute? Wo gibt es die? Ja. In Synagogen? Wo noch? Nur in Synagogen? In welchem Buch finden wir die Taurah? Das Alte Testament. Also der Bibel. Das ist ein Teil des Alten Testament. Das Alte Testament ist ein Teil der Bibel. Ganz wichtig, weil viele verstehen das falsch. Ich habe immer wieder gemerkt, dass viele denken, die Bibel ist das, was die Christen bekommen haben. Nein. Die Bibel ist ein Buch, was aus verschiedenen Kapiteln besteht. Und grob kann man die Bibel unterteilen in das Alte Testament und in das Neue Testament. Und das Alte Testament ist nicht die Taurah, sondern nur ein Teil des Alten Testaments ist die Taurah. Und zwar welcher Teil? Welcher Teil ist die Taurah, die heute für sowohl Christen als auch Juden eine wichtige Rolle spielt? Weil du findest sie nämlich in jeder Bibel, die aus Altem und Neuem Testament besteht, die sogenannte Heilige Schrift. in den Büchern von Mose? Ja, und zwar die ersten fünf Bücher Mose. Die ersten fünf Bücher Mose. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass man das weiß, weil ich habe oft gemerkt, dass das viele nicht wissen, auch viele Christen wissen das übrigens, das ist jetzt nicht eine Sache, die nur für Muslime geht, aber viele wissen das nicht, aber es ist für uns wichtig, weil die Tora ist am Ende was? Ursprünglich was? Gottes vorhat ursprünglich, aber natürlich die Tora heute ist nicht mehr, die Tora von Musa a.s. Und was bedeutet das Wort Tora? Das Wort Tora bedeutet Weisung, Lehre, Gesetz. Manche übersetzen das auch als Gesetz, also manche Bibelübersetzung findest du als Gesetz und manchen findest du es als Weisung. Und was sind diese fünf Bücher Mose, wie heißen sie? Und zwar, dass wir einfach nochmal allgemein wissen, dass wir es auch wissen, insha' Allah und zwar einmal das erste Buch Mose ist Genesis, die Entstehung. Da wird über die Schöpfung gesprochen etc. Dann das zweite Buch Mose, das ist gleich am Anfang der Bibel. Wenn du eine Bibel kaufst, kannst du auch mal online gucken, online gibt es auch die bibel.de oder so, gehst du hin und hast die ersten fünf Bücher Mose, der Pentateuch wird es auch genannt, der Pentateuch, also diese fünf Bücher. Dann hast du das zweite Buch und das ist der Exodus. Da geht es um was? Um den Auszug, das heißt Auszug, der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Also es wird im Grunde genommen die Geschichte der Benno Israel erzählt. Dann Leviticus ist das dritte Kapitel und das bedeutet einfach nur Buch. Das bedeutet einfach was? Nur Buch. Dann haben wir Numeri, das sind Zahlen, die Zahlen werden wirklich die ganzen Zahlen, aus wie vielen Personen die jeweiligen israelitischen Stämme bestanden haben. Und dann haben wir das Deuteronomium und das ist sozusagen die Wiederholung des Gesetzes. Die Wiederholung des Gesetzes, geht es dann auch insbesondere um viele Gebote, mit denen Musa zu den Kindern Israels gekommen ist. Das ist die, was Taurah heute. Die ursprüngliche Taurah haben wir nicht mehr. Ganz wichtig. Die ursprüngliche Taurah, die haben wir nicht mehr. Und das ist nicht eine Sache, die wir jetzt Muslime behaupten, sondern auch Juden selbst sehen das so. Und zwar gibt es einmal bei Juden zwei Arten von Taurah heute. Einmal die mündlich überlieferte Taurah. Ich glaube, soweit ich mich entsinnen kann, keine Garantie, aber ich hatte neulich so einen Vortrag, wir hatten so eine Diskussion gehabt, auch mit jüdischen Vertretern, die haben das so erklärt, aber ich habe das nicht mehr zu 100% glaube ich, die Mischna, die mündlich überlieferte Taurah, und dann haben wir sozusagen die Taurah, diese ersten fünf Bücher Moser, die man als Taurah bezeichnet. Aber ganz wichtig, die ursprüngliche Taurah, sie ist nicht mehr vorhanden. Das heißt nicht, dass in der Taurah, die wir heute haben, keine Aspekte der Wahrheit mehr vorhanden sind. Das bedeutet nur, wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass alles, was in der Taurah heute steht, an diesen ersten fünf Büchern Moser, das alles auch wirklich der Wahrheit entspricht. Das ist eindeutig nicht so, weil das nämlich selbst die Juden wissen, dass vieles im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und sie im Grunde genommen durch Überlieferung versucht haben, das dann wieder zusammenzustellen, aber vieles entweder verloren gegangen ist oder auch einiges hinzugedichtet wurde. Das heißt, sie haben jetzt, wie gesagt, diese Taurah und sie sind dieser Taurah nicht gerecht geworden, dieser Weisung, an die sie sich eigentlich halten sollten und dann sagt Allah Ta'ala Schlimm ist das Gleiche der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Allah Ta'ala, er zeigt jetzt auf, das ist eine Form von was? Verleugnung der Gebote Allahs. Es ist einfach nur so, dass ich, wenn ich die Gebote Allahs nicht befolge, dass ich dann einfach, okay, vielleicht nachlässig bin. Nein, im Grunde genommen verleugne ich das, was Allah auf diesen Propheten herabgesandt hat und das ist eine der größten Formen von Unrecht und deswegen sagt Allah Ta'ala und Allah leidet das ungerechte Volk nicht recht. Kommen wir zu den nächsten Eier. Ich merke schon, ich bin wieder in Zeitnot. Verzeiht bitte, dass ich mich immer verliere. Allah Ta'ala erspricht jetzt direkt die Juden an und zwar über den Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, Allah verlangt von unserem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, dass er jetzt die Juden zu seiner Zeit, die mit ihm in Medina gelebt haben, ansprechen soll. Und deswegen beginnt diese Eier mit was? Mit Qul. Sprich, sag. O, die ihr dem Judentum angehört. Wenn ihr behauptet, dass ihr Allahs Schützlinge unter Ausschluss der anderen Menschen seid, also das auserwählte Volk seid, was Gott auserwählt hat, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr behaftet seid. Was verlangt Allah subhanahu wa ta'ala hier von unserem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam? Er verlangt von ihm im Grunde genommen, dass er die Juden auffordert, mit ihm eine Art Mubahale zu machen. Was ist Mubahale? Was ist eine Mubahale? Weiß jemand? So was wie hier, wer mehr Recht hat, soll? Ja, dass beide bei Allah schwören, wenn du im Recht sein solltest und ich im Unrecht sein solltest, dann soll der Fluch Allahs auf mich kommen. Und umgekehrt genauso. Und das ist das, was Allah ta'ala auch von unserem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam beispielsweise in Surah Ali Imran verlangt und zwar mit den Christen. Wer sozusagen dich dann versucht mit dir zu diskutieren, nachdem die Wahrheit, das Wissen zu ihm gekommen ist, so sagt zu ihm, sprich, komm her, ruft eure Kinder, wir rufen unsere Kinder und ihr ruft eure Kinder. Wir rufen unsere Frauen, ihr ruft eure Frauen. Wir kommen selbst dazu und ihr kommt selbst dazu. Und dann machen wir diese Mubahara, wir schwören bei Allah. Und der Fluch Allahs soll über den Lügner sein. Also wenn ihr wahrhaftig seid, wenn ihr so sicher seid von dem, was ihr behauptet, dann bittet doch Allah darum, dass ihr sterben sollt, weil er nicht wirklich ein Prophet ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Aber sie wünschen sich ihn niemals wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben. Wollen sie nicht tun. Warum? Weil sie nicht wirklich die Worte Allahs verinnerlicht haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sag, ihr wisst, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner, der ist Verborgen und des Offenbaren zurückgebracht. Und dann wird er euch kundtum, was ihr zu tun pflegtet. Also die Ärzte sind eigentlich relativ klar. Es ist eine Androhung. Allah subhanahu wa ta'ala, er droht den Leuten der Schrift, insbesondere den Juden in Medina, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, und sagt, ihr werdet eines Tages vor eurem Schöpfer stehen. Und dann müsst ihr Rechenschaft ablegen für das, was ihr getan habt. Und ihr könnt dem Tod nicht entrinnen, nicht entfliehen. Und das ist auch gleichzeitig was? Das ist auch gleichzeitig eine Mahnung an uns. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hier die Juden direkt angesprochen hat, aus Medina, spricht jetzt Allah subhanahu wa ta'ala wieder die Gläubigen an. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, den wollen wir auch noch schnell fertig machen, insha'Allah, weil wir auch schon über einiges im Vorfeld gesprochen haben, sodass wir die Sura heute abschließen können. Ich habe noch ungefähr fünf bis zehn Minuten, und dann schließe ich mir ab, insha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, Gott, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann allzu Abbaus gedenken. Und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Was hat das jetzt im Grunde genommen mit dem Anfang der Sura zu tun? Was wollt ihr sagen? Warum kommt jetzt plötzlich das Freitagsgebet? Wir hatten ja über den Offenbarungsanlass gesprochen ab letzte Woche. Könnt ihr euch erinnern, was der Offenbarungsanlass war? Was war der Offenbarungsanlass? Warum sind diese Ayat herabgekommen? Wer kann sich erinnern? Ja? Über einen Sahabi, der vor Ort aufgestanden ist, um zu machen. Nicht nur eine, nicht. Sodass der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, mit zwölf Sahabis dann in der Moschee geblieben ist. Hier ist wichtig, etwas zu wissen. Und zwar, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche nicht erwähnt gehabt. Und zwar viele der Mufassirun sagen, der Koran-Exegeten sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die Khutba nach dem Gebet gewesen ist. Und nicht vor dem Gebet, wie wir es heute kennen. So wie beim Eid. Das heißt, sie hatten schon gebetet gehabt und haben dann dem Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, zugehört. Und als sie dann gehört haben, oh, da kommen jetzt die ganzen Waren, der Händler kommt. Sind sie aufgestanden, weil sie sich gedacht haben, okay, es ist keine Pflicht. Also wie beim Eid-Gebete, wo die Leute dann alle aufstehen, obwohl der Khatib noch redet. Und die stehen alle auf und grüßen sich und du redest. Und du sagst, ey, wenn du schon aufstehst, dann geh einfach raus und grüße deine Freunde dann außerhalb der Moschee. Aber nicht, während ich hier rede. Sehr, sehr unangenehm für den Khatib. Ich weiß das, weil ich es immer wieder erlebe. Und wie gesagt, sie sind dann einfach aufgestanden, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala diese Ehe herabgesandt hat. Oder diesen letzten Abschnitt herabgesandt hat. Und die Gläubigen dazu aufgefordert hat, dass sie, wenn es in das Gebet geht, am Freitag alles liegen lassen sollen und sich voll und ganz auf das Gebet konzentrieren sollen. was handelt aber trotzdem mit dieser Surah und mit dem Anfang der Surah. Und zwar, wir hatten ja am Anfang der Surah im ersten Abschnitt noch einmal die Aufgaben des Propheten. Und was sind seine Aufgaben? Die Reinigung, die Läuterung, dass man etwas lernt über seine Religion. Und wo sollen sie das lernen? Wenn nicht am Freitag in der Moschee. Oder? Und auch heutzutage für viele Muslime. Ich meine, bevor wir Internet hatten, YouTube hatten, einige von uns kennen auch die Zeit. Ich weiß, wir haben einige Jüngere unter uns, die das nicht mehr kennen. Aber ich sage es mal so, wir haben noch einige Geschwister hier unter uns, die kennen auch die Zeit vor Internet. Und da konnte man nicht einfach so mal auf YouTube sich einen Vortrag angucken. Ging nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit damals, um etwas, dann eine Ermahnung zu bekommen, war welche gewesen? Ich komme in die Moschee am Freitag oder ich gehe nochmal zu einem Extrakreis. Dass man heute überall Vorträge hat, online. Das gibt es erst seit, seit wann gibt es ein YouTube? Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es ein YouTube? 2005 oder so. Da hat es angefangen, das Ganze. Und selbst vor YouTube gab es so einige kleinere Video-Plattformen. Aber gesagt, davor gab es so etwas nicht. Ich weiß nicht, ob das besser oder nicht besser ist, keine Ahnung, aber am Ende, es gab so etwas nicht. Und eben entsprechend, damit ich mich reinigen kann, damit ich die Worte Allahs hören kann, damit ich etwas über die Worte Allahs lernen kann, damit ich weiß, wie ich die Worte Allahs auch umsetzen kann und verstehen kann, muss ich wohin kommen? Muss ich zur Moschee kommen? Ich muss etwas hören. Und deswegen spricht Allah Ta'ala, die Gläubigen, in dieser Sule, in diesem Kontext darauf an. Nur so kannst du dich läutern. Wenn du das nämlich nicht tust, was wird dann passieren? Dein Herz wird sich verhärten. Und du wirst genauso wie die Leute der Schrift, die zwar die Aufgabe hatten, die Worte Allahs zu tragen, aber ihnen nicht gerecht geworden sind. Eins zu eins. Und das ist eine Wahn. Und die Lösung ist, dass ich zur Moschee komme und lerne und mir die Worte Allahs anhöre und versuche, sich in meinem Leben umzusetzen. Oh, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Was ist mit eilen hier gemeint? Ist damit gemeint, ich soll rennen? Oder was ist damit gemeint? Was ist mit eilen hier gemeint? Man soll schon auch vorbereiten. Ja? Früh hingehen. Man soll im Grunde früh hingehen, vorbereiten, alles korrekt. Also man soll sozusagen als Muslim sich die Zeit nehmen für dieses Gebet und darauf bedacht sein, auch wirklich daran teilzunehmen. Weil der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er hat nämlich dem Muslim ganz klar davon abgeraten, dass er zum Gebet rennt. Nicht, dass jemand denken, der sagt, ich muss jetzt rennen. Machen auch manche. Hast du oft, du betest in der Jemaah und dann plötzlich kommt jemand und hetzt und versuchst sich dann auch ständig in der Jemaah anzuschließen. Und dann hächelt er die ganze Zeit. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er hat gesagt, wenn jemand zum Gebet kommt, dann soll er wie kommen? Ruhig. Und er soll einfach das nachholen, was er mit dem Imam nicht beten konnte. Ganz wichtig. Ja? Einfach das nachholen, was er mit dem Imam nicht beten konnte. Warum? Weil wenn ich renne, was passiert da? Dann bin ich nicht konzentriert. Dann bin ich außer Art. Und im Gebet geht es worum? Dass ich Chushur habe. Segen habe. Demut. Ruhe. Innere Ruhe. Das ist das, worum es geht. Also, dass wir diese Worte auch richtig verstehen. Fesau ila wikrillah. Ja? Dann eit zu Allahs Gedenken. Das Gebet ist ein Gedenken. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ganz wichtig, wenn ich zum Jung'a komme, versuche ich pünktlich zu kommen, damit ich was? Die Khutba höre. Und ich versuche, mich zu konzentrieren. Ich weiß, manchmal ist die Khutba langweilig. Passieren. Manchmal verstehe ich vielleicht die Khutba nicht. Aber trotzdem, es ist eine Form von was? Von Dikr. Von Gedenken Allahs. Allein, dass ich sitze mit meinen Brüdern in der Moschee, ist eine Form von Gedenken Allahs. Lass das Handy beiseite, während der Imam auf dem Mombach steht. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi, hier hast du ja gesagt, der einfach nur mit dem Sand vor sich spielt, so ein bisschen Stein, der hat was gemacht? Der hat, der hat sich abgelehnt. Und wer sich ablenken lässt, der hat kein Jum'an. Du hast da nichts von gelegen. Also, komm pünktlich. Sei konzentriert. Lass dein Handy beiseite. Und konzentriere dich voll und ganz auf den Khatib, weil das nämlich was ist? Eine Form von Dikr, wie es Allahs. subhanahu wa ta'ala hier gesagt hat. Und lass das Kaufgeschäft. ذَرِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Am jüngsten Tag werdet ihr es wissen, was besser war. Dieser eine Handel, die du noch schnell abgeschlossen hast oder dass du in die Moschee gekommen bist, um Allahs Worte zu hören. Das wirst du am jüngsten Tag spätestens wissen. Hier gibt es eine Fiqh-Frage, die interessant ist. Und zwar, wie verhält es sich eigentlich mit jemandem, der während des Jum'a-Gebetes verkauft, nach dem zweiten Adhan. Also, ganz wichtig, es gab zu Teil des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nur einen Adhan zum Jum'a. Wann wurde der zweite Adhan eingeführt? Weiß es jemand? Das haben wir auch zum Beispiel, wenn du nach Mekka gehst, Medine gehst, da hast du immer zwei Adhaner. Zwei Rufe. Einmal den ersten vor dem Gebet und dann den zweiten Ruf, wenn der Imam auf den Mimba steigt. Wann wurde dieser zweite Adhan eingeführt? Der zweite Adhan wurde eingeführt in der Zeit von Uthman ibn Affan. Warum? Weil natürlich Medine größer geworden ist und mehr Leute zum Islam übergetreten sind, auch teilweise Leute, die sich nicht in Medine auskannten, woraufhin er bei einem Ort, der heißt Al-Zawra, dann den zweiten Adhan vor dem Jum'a-Gebet eingeführt hat. Und deswegen, viele Moscheen heutzutage haben immer noch was? Zwei Adhaner. Manche Moscheen beschränken sich auf einen Adhan und manche Moscheen und viele Moscheen in der islamischen Welt praktizieren immer noch das, was Uthman ibn Affan eingeführt hat, nämlich den zweiten Adhan. Ja, gut. Jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn ich nach dem zweiten Adhan, also wenn der Imam schon auf dem Mimba steht, trotzdem noch handeln sollte? Erstmal, nach einem Gelehrten ist es Haram. Nach einem Gelehrten ist es was? Haram. Verboten. Aber ist das Kaufgeschäft gültig oder islamrechtlich nicht gültig? Darüber gibt es eine Verschiedenheit durch die Gelehrten. Einige Gelehrte haben gesagt, wie die Shafiiten, und andere, die gesagt haben, es ist gültig. Und andere, wie die Malikiten meines Wissens und die Hanbaliten haben gesagt, das Kaufgeschäft selbst ist ungültig. Das heißt, wenn du verkaufst, ist es ungültig. Der Vertrag gilt nicht, subhanallah. Und dann, ganz schnell, insha'Allah, damit wir abschließen. Wenn das Gebet beendet ist, dann bereitet euch im Land aus und trachtet nach etwas, was Allahs holt und gedenkt Allahs viel, auf das es euch wohl ergehen würde. Ja, salam, wie schön der Islam ist, subhanallah. Der Islam sagt nicht, du musst den ganzen Freitag zu Hause sitzen. Du kannst, aber du musst nicht. Der Islam sagt nicht, ja, es gibt jetzt einen kompletten Ruhrtag, wo du nichts tun darfst. Sondern, am Ende, mach deine Ibad und wenn du mit deiner Ibad fertig bist, strebe nach der Hunde Allahs. Gehe deinem Gewerbe nach, gehe deine Arbeit nach. All das ist der Islam erforderlich auf, danach zu streben. Und deswegen sagt er, so verbreitet euch, breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Hunde, das ich arbeiten, die ich Geld verdiene, ist eine Form von Ibad, eine andere Form von Ibad. Und deswegen einmal kam der Prophet sallallahu alaihi Amar ibn Khattab in die Moschee nach dem Freitagsgebeten. Und da sahen so einige Jugendliche, die saßen herum und da fragte er, was macht ihr hier? Und sie sagten, ja, wir vertrauen auf Allah. Und dann sagt er, Amar ibn Khattab, ihr vertraut euch auf Allah. Ihr tut nur so, als würdet ihr auf Allah vertrauen. Habt ihr jemals erlebt, dass vom Himmel Gold oder Silber regnet? Steht auf und geht arbeiten. Steht auf und geht arbeiten. Macht etwas. Subhanallah. Das ist unsere Religion. Wie schön diese Religion. Und trotz alledem, auch wenn ich nicht bete, ich gedenke Allahs. Und gedenkt Allahs viel, auf das es euch wohl ergehen möge. Und jetzt die letzte Ähre. diese Ähre beziehen sich jetzt auf genau dieses Ereignis, was vorgefallen ist. Sie ließen den Propheten während der Kuppe allein, dass am Ende nur noch zwölf Männer in der Moschee geblieben sind. Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin auseinander und lassen dich stehen, allein auf dem Mimber. gull, sprich, ma'inda Allahi khayrun min al-lahu wa min al-tijara Was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung, als Handel. wa'allahu khayrun raziqin Und Allah ist der beste Versorger. Damit schließt Allah diese Surah ab. Das ist der letzte Vers, auf dem wir diese letzte Abschrift sagen, das ist immer so wichtig. wa'allahu khayrun raziqin Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du versuchst, Allahs Weg zu gehen, dann wird Allah ta'ala dir deinen Rizk, deine Versorgung segnen. Wenn du aber versuchst, nach deinem Rizk zu streben, entgegen all den Gebote Allahs, mit Mitteln, die haram sind, oder so, dass du anfängst, Allahs Gebote zu vernachlässigen, dein Gebet zu vernachlässigen, andere Dinge zu vernachlässigen, dann sei dir sicher, wirst du keinen Segen haben in dem, was du erwirbst. Du wirst Geld erwerben, gar keine Frage, aber es wird kein Segen drinstecken. Du hast nur dann Segen, wenn du es so machst, wie es Allah möchte. Und subhanallah, wir wissen als Muslime, der Rizk steht fest. Ich kann daran gar nicht mehr rütteln, die Frage ist nur die, wie ich ihn erwerbe. Das ist nur die Frage und Allah prüft mich daran. Erwerbe ich in Hallam auch Hallam? Ich habe es schon selbstpersönlich so oft erlebt, subhanallah, so oft erlebt, dass man irgendwie, keine Ahnung, was kauft und dann ist der Preis günstiger und dann sagst du das. Du hättest einfach gehen können mit sozusagen einem günstigeren Preis, als der angegeben ist und dann sagst du das dem Verkäufer und dann sagst du, okay, kein Problem, kannst du so mitnehmen. Das heißt, du hättest die Möglichkeit gehabt, das Haram mitzunehmen, weil du es nicht gesagt hast und du denkst, oh, Alhamdulillah, ich habe jetzt ein bisschen Geld gesperrt, aber dann wäre es Haram, Allah hätte den Segen genommen und du hast die Möglichkeit, den gleichen Rizk Halal zu bekommen, indem du einfach Bescheid gibst und wenn es dein Rizk ist, wenn es deine Versorgung ist, dann bekommst du es auch. Nur ist es dann Halal und du freust dich auch noch darüber. Das ist der Unterschied, subhanallah. Deswegen, wallahu khayru raziqin, etwas, was wir niemals vergessen dürfen und Allah ist der beste Versorger, ja, dass wir in all dem, was wir tun, niemals unsere Beziehung zu Allah vergessen dürfen, niemals die Geburt und Allah vergessen dürfen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Rizk, unsere Versorgung segnet. Möge Allah ta'ala uns alle segnen und all unseren Rizk segnen. Amin, Rabbil Alamin.